Wir sind ganz nah dran an den Trends der Messe 2013 mit Musikmachen.de. Bei mir ist der Jake von Düsenberg und er kennt auch die Trends seiner Firma. Was ist jetzt die Besonderheit bei dem Gerät, was du in der Hand hältst? Das ist die TV Hollow. Wir haben diese Starplayer-TV-Serie. Wir hatten letztes Jahr eine große, die hat eine Hollow rausgebracht. Das war eine Full-Size Body Hollow-Gitarre und jetzt haben wir eine TV auch rausgebracht als Hollow. Hollow bedeutet in dem Fall, dass die wirklich komplett hohl ist. Also da ist kein Samedog drin oder gar nichts. In den 50ern gab es viele deutsche Firmen, die so Gitarren gebaut haben. Die wurden viel von Beatles und ähnlichen Leuten benutzt und das haben wir jetzt in der TV gemacht. Also komplett hohle Gitarre. Klingt sehr jazzig, klingt sehr warm, klingt aber auch cool für so Breadpop-Sachen zum Beispiel. Und das ist eigentlich das, worum es bei der Gitarre geht. Dann hast du schon sehr schön angesprochen, welche Band so eine Gitarre spielen können. Damit ihr jetzt auch einen Eindruck bekommt, wie die klingt, legt der Jake los. Ich danke dir für den Besuch. Ich bless euch. Vielen Dank.